Zürich Konkret wird Ihnen präsentiert von Tomoreisen. Tomoreisen.ch Das ist Zürich Konkret, spezial in der Weihnachtswoche. Ich begrüsse Sie zu einer weihnachtlichen Sendung hier aus Lachen am See. Unsere Sendung kommt aus besonderem Anlass direkt aus dem festlich dekorierten Weihnachtszelt vom Lachner Weihnachtszauber. Und der findet dieses Jahr bereits zum achten Mal statt. Noch bis am 30. Dezember geht der Vorhang auf und führt das Publikum in eine musikalische Weihnachtsstimmung mit der richtigen Portion Humor. Und der passenden Preise Superländler-Hits, Schlager, Rock, Pop und Klassikstücke. Und natürlich auch der traditionelle Weihnachtslieder. Zürich Plus zeigt den achten Lachner Weihnachtszauber in einer rund zweistündigen Spezialsendung am 4. und 25. Dezember ab dem Abend am 6. Der Initiant und selber acht Jahre auf der Bühne vom Lachner Weihnachtszauber ist der Musiker und Komponist Carlo Brunner. Er ist jetzt hier bei mir. Carlo, seit dem 26. November feierst du jeden Abend Weihnachten. Was bedeutet Weihnachten für dich? Ja, sehr viel. Ich bin eigentlich wirklich wiennachtlich aufgewachsen. Wir haben immer Weihnachten feiert zu Hause mit allen Schikanen, also mit Singen und Geschenken und alles. Und das machen wir eigentlich bis heute. Und darum ist für mich natürlich der Lachner Weihnachtszauber ganz etwas Spezielles, Schönes. Jetzt der Lachner Weihnachtszauber im Zelt zum achten Mal. Was ist das Besondere daran? Ja, eben. Wir feiern Weihnachten und wenn ich zu Hause Weihnachten feiere, ist das schön. Zwei Tage habe ich die Zeit und den Rest feiere ich jeden Abend hier in Weihnachten. Musst du mal schauen, komm. Da kommen wir gerne mit. Wow, also das ist natürlich schon wie im Meerli. So einen richtigen Weihnachtszaubergallen. Und man hat gar nicht das Gefühl, dass das Zelt so riesig ist, sondern man fühlt sich heimlich, fast ein bisschen wie zu Hause. Ist das bewusst, dass es gar nicht so riesengroß ist? Das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept von diesem ganzen Weihnachtszauber. Weil jeder, der da innen ist, hat das Gefühl, ich würde auch hier privat Weihnachten feiern. Es ist so gemütlich, heimlich da innen. Und darum ist die Grösse genau richtig. Jetzt ist es natürlich so, ganz alleine machst du den Lachner Weihnachtszauber ja nicht. Du hast ein ganzes Haufen Leute, die dich vor, hinter und auch auf der Bühne unterstützen. Und zwei davon treffen wir jetzt. Wir sind auch seit dem Anfang dabei. Das ist deine Schwester Maya und das Original vom Lachner Weihnachtszauber, den Yoshi Glossi. Guten Abend miteinander. Hoi miteinander. Hoi. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bevor wir jetzt aber weiterreden, möchte ich Ihnen meine drei Gäste noch kurz vorstellen. Maya Brunner, Sängerin und Schauspielerin, seit ihrem Sieg, zusammen mit dem Carlo Brunner am Grand Prix der Volksmusik 1987, lebt sie voll und ganz für die Musik, das Musical und das Theater. Das letzte Jahr, noch in der kleinen Niederdorf Oper auf der Bühne, ist sie bei der achten Ausgabe vom Lachner Weihnachtszauber dieses Jahr wieder mit dabei. Der Jost Hauser oder eben der Yoshi Glossi, er hat die Idee vom Lachner Weihnachtszauber zusammen mit dem Carlo Brunner umgesetzt, spielt eigentlich Drehörgeli, lernt aber jedes Jahr für den Lachner Weihnachtszauber ein neues Instrument. Ausserdem hat er die Maroni nur gern, wenn sie ganz heiss sind und er fühlt dem Publikum mit kantigen Sprüchen auf den Zahn. Und Carlo Brunner, Musiker und Komponist, er sorgt am Lachner Weihnachtszauber mit seiner Superländler-Kapelle für die richtigen Töne und Arrangements. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Guten Abend. Joschi, im Herbst 2006 hat alles mit einer Idee angefangen. Der Traum vom Lachner Weihnachtszauber. Ja, das ist ja so. Nach einem Tennis-Match hat mir Carlo in Zürich gesagt, eine Show mit Musik in einem Zirkuszelt. Und weil ich ihn schon länger kenne und wir miteinander schon mal in einem Zirkuszelt etwas organisiert hatten, hat er die Idee gehabt, wer vielleicht mal etwas von Zürich wegnehmen würde, ob das da möglich wäre. Und ich habe sofort gesagt, ja, ja, warum nicht, da müsste man nur mal fragen, wegen Bewilligungen und so. Und dann ist es eigentlich schon schon kritscht gewesen. Wie gross ist das Risiko gewesen, Carlo, als er das erste Mal gesagt hat, komm, das probieren wir jetzt? Ja, 100 Prozent. Also man kann ja sagen, das ist ja ein Sprung ins kalte Wasser gewesen. Wir haben überhaupt nicht gewusst, was uns erwartet. Wir sind nur von einer Idee begeistert gewesen. Wir haben das uns vorgestellt. Und Maya und ich sind sowieso auch mit der Weihnacht sehr eng verbunden gewesen. Und wenn es überall ein bisschen Kerzen gegeben hat, haben wir sofort ein bisschen das Gespür bekommen, oh, das gefällt uns. Und wir haben an das Projekt geglaubt. Das ist vor allem wichtig gewesen. Wir haben geglaubt daran, dass das könnte ein Erfolg sein, dass es so viele Leute gibt, die gleich fühlen wie wir, dass wenn sie in so eine schöne Weihnachtswelt kommen, dass sie da eine Begeisterung auslösen können. Und das ist eigentlich der Ursprung gewesen. Aber das Risiko ist riesig gross gewesen. Wir haben wirklich nicht gewusst, was uns erwartet. Und vor allem, wie viele Leute das da überhaupt kommen können. Ja, wahrscheinlich mittlerweile weiss man ja, es ist ein Erfolg. Aber wie war es das erste Mal, wo wir das gemacht haben? Hattet ihr da, ich sage jetzt, draufgelegt? Oder hat es sich schon beim ersten Mal gelohnt? Nein, wir sind ja überwältigt gewesen. Wir haben ja beim ersten Mal auf Ahib 98 Prozent Auslastung gehabt. Also im kleineren Zelt da zumal haben wir acht und halb Tausend Besucher gehabt. Das ist, also, wir haben uns das gar nicht vorstellen können, dass es so etwas geben kann. Gell, Carlo? Nein, wir sitzen jetzt da, das achte Mal in einem wunderschönen, dekorierten Zelt, wenn du jetzt zurückdenkst und zurückschaust. Was hat sich jetzt verändert, seit dem ersten Lachner Weihnachtstabend zu jetzt? Es hat sich einiges verändert. Ich habe gerade letztes Mal an Eveline Suter, die auch da dabei ist, und Fabienne Lubis, habe ich einmal gesagt, weisst du, wir haben eigentlich wirklich klein angefangen. Klein angefangen, das heisst, das Zelt ist kleiner gewesen. Und wir haben etwas von Anfang an immer gehabt. Ich glaube, das darf man sagen, wir haben immer, das Programm, das wir geboten haben, ist immer qualitativ hoch gewesen. Da haben wir immer ganz ein hohes Level gesetzt. Aber wir haben damals vom Valentinas Varieté, wo wir ja angefangen haben in dem Zelt, haben wir auch die Crew übernommen gehabt. Und die ist natürlich noch nicht so eingefleischt gewesen, auf grosses Programm auf der Bühne. Und jetzt sind wir also wirklich auch mit einer Tonalage, sind wir noch mit der eigenen, eher eine etwas kleineren Tonalage gefahren. Auch mit dem Licht, da haben wir, glaube ich, einen Skiwerfer gehabt. Also wirklich ganz, ganz klein haben wir angefangen, was Technik betroffen hat. Aber das Programm hat anscheinend schon wirklich einen Standard gehabt, dass so viele Leute gekommen sind. Und dann hat es angefangen und dann ist es immer grösser und schöner, kann man sagen, reichhaltiger geworden. Und das Programm ist auf dem Label geblieben und das hat, glaube ich, wirklich funktioniert. Also Maya sagt, das Zelt hat sich verändert, die Elektronik ist ein bisschen professionell geworden, aber am Konzept, an und für sich, haben wir festgehalten von Anfang an. Ja, wir haben das Konzept voll durchgezogen. Ich weiss, ich weiss, ihr seid in die Klausur gegangen, Carlo und Maya, und haben ganz fest studiert, was machen wir jetzt Neues oder Anderses. Jetzt frage ich zuerst den Carlo, also was hat es da, was hat da rausgeschaut? Ja, eben, Maya hat viel Wellnessbereiche genutzt und ich bin immer ein bisschen um den See rumgelaufen. Nein, wir haben gemerkt, dass das Konzept eigentlich, wie wir es angefangen haben, von der Grund her, also Grundmauern von dem Konzept sind sehr gut. Wir haben eigentlich die Infrastruktur mehr verändert. Für uns sind Neuerungen eigentlich eher in der Infrastruktur gewesen. Wir haben ja gemerkt, dass das, was ja die Leute erwarten, wenn sie zu uns kommen, eben genau das ist. Darum hat es ja am Anfang schon so funktioniert. Was unsere Idee immer war, ist, was können wir noch verschönern? Was können wir den Leuten noch vermitteln, wenn sie reinkommen? Oh, wieder etwas zum Staunen haben? Weil musikalisch kann man die Leute immer überraschen. Auch wenn das gleich wirkt, man singt ja immer andere Lieder und man hat andere Kostüme, man spielt anders. Das ist eine Begeisterung, die sich dann ergibt während des Programms. Aber im Vorfeld bewegen sich ja die Leute in diesen Räumlichkeiten. Und dort, würde ich sagen, hat sich dann in acht Jahren sehr viel getan. Und dort sind wir natürlich auch in die Klausur gegangen und haben gesagt, was könnten wir jetzt noch wieder machen? Und es ist uns immer wieder etwas in den Sinn gekommen, was wir noch besser machen können. Maja, also viel Wellness, viel Laufen. Aber ist es manchmal auch fast ein wenig unheimlich, dass man im Hinterkopf hat, eigentlich, jetzt machen wir seit acht Jahren das Gleiche. Es funktioniert immer noch und man hat das Gefühl, irgendetwas müssen wir doch anpassen, mit dem Zeitgeist gehen und trotzdem kommt man wieder aufs altbewährte zurück. Das ist, wenn wir, da kannst du mit jedem Künstler auch reden, der die CDs zum Beispiel aufnimmt, die Leute wollen eigentlich das Gleiche, aber ein bisschen anders. Und das ist gar nicht so einfach, das ist so eine Gratwanderung, wo du musst finden, musst wirklich finden, was ist das genau. Und ich glaube, was aber der Weihnachtszauber ganz fest ausmacht, das ist Musik, das ist in Wort der Yoshi, wie er die Leute berührt, wie er sie zum Lachen bringt und wie wir eben die Leute immer mit der Musik, mit der musikalischen Qualität auch immer wieder begeistern können. Aber ganz wichtig ist auch die Liebe zu den ganzen Sachen. Und ich glaube, wenn die Leute da vorne rein kommen, können sie einfach alles zurücklassen, haben eine unglaublich schöne, liebevolle Atmosphäre, die sie empfangen, dann kommen sie da rein und alle machen wirklich wie Kinder. Oh, schön, Gold, Kerzli, es glitzert und glänzt und das ist etwas, was, glaube ich, im Bedürfnis des Menschen rein ist. Dann kommen sie etwas Gutes zu essen über und dann nachher sind sie da in einem Programm rein, einfach verzaubert. Ich glaube, das ist ganz, ganz etwas Wesentliches, was wir ihnen bieten können und da muss man wirklich die Welt nicht auf den Kopf stellen. Das ist das Grundbedürfnis des Menschen. Josi, Josi, Maja hat es angesprochen. Nebst der Musik sind deine kantigen Sprüche, ein festen Bestandteil des Programms, aber, ich habe das eingangs gesagt, du lernst für jeden Lachner Weihnachtszauber ein neues Instrument. Aber bevor wir jetzt verraten, was es dieses Jahr ist, haben wir ein paar Bilder vom letzten Jahr, wo man sieht, was du mit dem Xylophon gemacht hast. Dann habe ich gedacht, wir machen ja schliesslich Weihnachtszirkus, also übst doch ein Weihnachtsliedli. Das habe ich dann auch gemacht und das heisst, ihr Kinderlein kommt. Das ist das, ihr Kinderlein kommt. Ja, Josi, wann entscheidest du dich denn einmal für ein Instrument? Wann steht die Wahl? Also dieses Jahr habe ich mich so im März entschieden, weil das Instrument, das ich dieses Jahr gelernt habe, da musste ich zum ersten Mal schauen, finde ich überhaupt einen Lehrer, der das Instrument unterrichtet. Und dann habe ich dann im Internet einen gefunden und das ist ein Zufall, der steht da gerade im Pfäffigen unten, der übernächste Ortschaft, habe ich einen Lehrer gefunden, der das Instrument unterrichtet. Und dann habe ich dann gesagt, wer ich bin, was ich mache, ob es eigentlich möglich wäre, bis zum nächsten Weihnachtszauber, also in den sieben Monaten, bis es geht ja wieder los im November, ob das möglich ist. Und dann hat er gesagt, ja, das kann man alles probieren und dann habe ich mit dem mal einen Termin abgemacht und bei Zunehm und dann hat er mir da alles ein wenig erklärt, wie das funktioniert. Die Leute können sich jetzt sicher schon überlegen, also so einfach kann es nicht sein, wenn er schon so früh angefangen hat und es ist ja auch ein ganz spezielles Instrument. Erzähl uns, was spielst du dieses Jahr? Also dieses Jahr habe ich wirklich gedacht, jetzt spiele ich einmal etwas Einfaches, was ich ein wenig schneller kann, weil mit dem Xylophon habe ich doch ziemlich stark üben müssen, fast jeden Tag, weil es ist schon ein wenig Übungssack. Jetzt nehme ich einmal etwas Einfaches und habe mich für einen Dudelsack entschieden. Es hat sich dann aber schon herausgestellt, dass das ein ziemlich riskanter Entscheid gewesen ist, weil als ich dann bei diesem Lehrer gewesen war, hat er mir da erklärt, wie das einigermassen funktioniert. Ich habe dann aber gedacht, ja, ja, das ist schon zu lernen, das kann man lernen. Und dann habe ich so einen Übungspfeifen gekauft, das ist speziell für Dudelsack, den man dann mit dem Mund anblasen. Also ohne diesen Sack, die klingt dann auch viel leisliger, also man kann das dann auch in einem Block oder in einem Haus üben, ohne dass die Mitbewohner gerade die Decke open sind. Und das ist noch recht gut gegangen, weil das ist ähnlich wie eine Blockflöte, hat ein bisschen andere Griffe. Und dann habe ich dann diesen Dudelsack bestellt und gekauft und als ich dann nach den Sommerferien das erste Mal in diesen reingeblasen habe, dann hat er knapp 5 Sekunden getönt. Und dann habe ich gedacht, merci Josi. Und wie lange ist das Stück, das du spielst, etwa, dass wir uns das vorstellen können? Nach 5 Sekunden hat er das erste Mal aufgehört. Jawohl, und das erste Stück zum reingeblasen, das geht dann doch etwa 20, 25 Sekunden. Da habe ich wirklich gewusst, jetzt hat er etwas eingebrückt, weil das ist jetzt etwas vom strengsten, was es überhaupt gibt. Und ich tue mich ja dann wahrscheinlich auch bei jeder Vorstellung bei sämtlichen Dudelsackspielern entschuldigen, dass ich überhaupt nur daran gedacht habe, das könnte etwas einfaches sein. Es ist schwer. Carlo, du als Musiker weisst ja mittlerweile jedes Jahr ein neues Instrument und bis jetzt hat es immer geklappt, aber es ist natürlich ja schon nicht der normale Weg, ein Instrument zu lernen. Hast du auch schon gedacht, huff, das ist jetzt auch so heftig, es könnte auch nicht funktionieren? Ja, also ich muss sagen, ich bin wahnsinnig erstaunt über Josi. Weil das ist für das, was er macht, das ist ein absolutes Genie. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich das könnte, einfach ein anderes Instrument, irgendein anderes Instrument in die Hand nehmen und das einfach in einem Jahr dann da vortragen. Ich weiss auch nicht, in welcher Art das Josi lehrt. Er sagt ja immer, er sei der Unmusikalischste von allen. Das kann ja nicht sein, dann macht er es vielleicht technokratisch, vielleicht kann er das irgendwo anders lehren. Und es ist ja tatsächlich so, dass er mich schon früher überrascht hat, mal bevor das losgegangen ist, mit einem Stück von mir, wo sich ein Haufen Musikanten, die es können, die Zähne ausbeissen. Und er an einer Fasnacht mit dem Instrument herkommt und mir einfach mit dem Sopransaxofon den Waldvogelschott in einem Karacho vorspielt. Und das ist unter Kenner also etwas Schwieriges? Ja, es ist etwas Schwieriges. Er will aber gleichzeitig, dass Josi nachher noch ein anderes Stück mit mir spielt und das kann er dann nicht. Aber wer kann er? Und so lehrt er das auch. Auch das Gesülefon und jetzt auch den Dudelsack. Ich habe also auch mit ihm gelitten. Weil ich habe den letzten Monat, bevor das losgegangen ist, gesehen, Josi, jetzt hast du wirklich eine grosse Hürde vor dir. Weil schaffst du das tatsächlich? Und ich habe keine einzige Sekundanzweifel, dass der Ehrgeiz von Josi schlussendlich auch für das wird gelangen, dass er es kann und er hat es bewiesen können. Und wie viele Stücke spielst du denn jetzt Dudelsack in dem lachenden Weihnachtszauber? Ja, da spiele ich zwei Stücke. Das erste Stücke zum Einlaufen bis auf die Bühne, also vom Zelteingang. Und dann holst du gross und viel Luft? Nein, nein, dann kommt dann eben der Trick, den ich brauche. Ich tue dann ziemlich lange mit den Leuten ein wenig reden. Über das schottische Instrument und wie schwer es das ist und wie es beim Üben zu und her geht. Und dann sage ich ja sogar noch, dass es irrsinnig ist. Sobald man so einen Kild da hat, kann man ja Gedanken lesen. Ich hätte es nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich so, weil mehr als die Hälfte der Leute, die denken es gleich. Aber ich sage es nicht. Genau. Und dann, dadurch kann ich mich wieder erholen. Und ich muss sagen jetzt, ich habe dann gemerkt, es wird immer besser. Auch beim Üben, bei den Proben bin ich immer ein wenig weitergekommen, bis ich dann auf die Bühne gekommen bin. Und wenn ich dann fertig gesprochen habe, dann spiele ich ja dann zusammen mit der Kapelle das Amazing Grace. Und das hat sich dann am Anfang auch ein wenig als schwierig herausgestellt, weil eben der Dudelsack, der hat mehrere Sachen, die man machen muss, man muss koordinieren. Und dann sollte man es dann auch noch schön im Takt spielen, wie es Musiker gewohnt sind. Und sonst passen dich auch ja, Carlo. Ja, ja, natürlich. Und bis zum Schluss, zum 30. Dezember, können wir das Zelt anbauen, weil du dann so lange mit dem Dudelsack laufen kannst. Dann laufe ich am Silvestre durchs Dorf. Oder du nimmst ihn mit zum Tennis spielen. Ja, ja. Maja, wenn man auch jetzt so da sieht, wir sind eine so verschworene Gesellschaft. Es hat Stimmen und Musiker und Musikerinnen, die jedes Jahr dabei sind oder immer wieder kommen und dann hat es wieder neue. Wie schwierig ist es denn das jetzt, Künstler zu finden, die in das quasi Arrangement Lachner-Wiennachts-Zauberinnen passen? Ja, es ist schwierig, ist es bis jetzt nicht gewesen, muss ich sagen. Also sicher setzen wir Kriterien, die musikalisch relativ hoch sind. Also es ist nicht nur so, es gibt ja ganz viele Sängerinnen und Sänger, die wunderbare Solisten sind, aber sobald sie in einem Team müssen, also das kann auch heissen, zweite und dritte Stimmen singen, wo dann das einfach nicht so einfach geht und wo das schlicht und einfach auch nicht praktizieren, wo das selten machen müssen, das muss einmal gegeben sein und dann muss es menschlich. Das ist uns genauso wichtig wie das Musikalische, es muss menschlich verheben. Und da wissen wir genau, was eigentlich jemand braucht, ein Sänger und eine Sängerin, dass er da reinpasst und nach diesen zwei Kriterien suchen wir raus. Und bis jetzt haben wir wirklich immer grosses Glück gehabt. Und sie fühlen sich alle wirklich so wohl, wo da hinkommen, dass es riesige Freude hat, wenn sie wieder angefragt werden und richtig, ja man kann eigentlich ein bisschen sagen, ein bisschen schlang, also ein bisschen schlängere Stünde. Ja, es ist wirklich, es ist eine Familie da. Also mittlerweile könnt ihr ein bisschen auswählen? Ja. Wer bestimmt eigentlich, wer kommt? Ist das auch Teamwork? Ja, das machen wir im Team. Also vor allem Maya, der Philippe Mittler und ich sitzen da zusammen, weil wir das Musikalische bestimmen. Der Philippe Tottialli Arraschmann machen, tut auch die ganzen Sätze einüben mit den Sängerinnen und Sängern. Und dann das ganze Musikalische ist eigentlich vor allem dann schlussendlich, wenn es um den Gesang geht, in Mayas und Philippe Hand. Sie üben das dann miteinander und aussuchen, wer das könnte sein. Und wir haben wirklich, ich kann das sagen, eine sehr gute Hand gehabt bis jetzt. Wie ist das denn? Also hast du mehr zuerst im Kopf die neuen Titel, was möchte ich das nächste Jahr singen? Oder hast du zuerst die Künstler und dann kommen Titel? Es sind eigentlich zuerst Künstler einmal da. Das ist relativ schnell. Im Januar wird das schon bestimmt, weil es ist doch fünf Wochen, wo man muss schauen, dass jemand frei ist auch. Das ist eine lange Zeit. Und dann werden die Stücke ausgesucht. Dann schaut man natürlich, da haben wir Sopran, da haben wir Tenor, da haben wir jetzt Tiefenstimmen wie das Jahr jetzt zum Beispiel. Ein Sopran, ein Tenor gibt wunderschöne Musical-Melodien. Fabienne Lou und ich sind eher von der souligen Rhythm & Blues-Seite her, die ein bisschen faggen. Da kann man natürlich da ein bisschen schauen, in diesem Repertoire. Und dann hat es Sachen, sakrale Sachen, wo man auch als Gloria Nexelsisteo und so weiter, wo man dann wirklich schön im Team singen kann, wo dann jedem auch ein bisschen von seinem, wie soll ich sagen, Spezialgebiet ein bisschen tut sich anpassen und schön, dass es schön im Satz stimmt. Und das gibt natürlich Sachen, wo ich mir das Leben lang geträumt habe bis jetzt schon und dachte, das möchte ich mal singen, wo ich als Solist nie hätte singen können. Kann ich natürlich singen. Ich meine, ein Vapensieros aus dem Nabucco kannst du ja allein als Solistin nie singen und jetzt im Team können wir das machen. Und das ist unglaublich schön. Wie lange? Natürlich, ihr seid alles Profi. Maja hat es gesagt, manchmal muss man sich aber ein bisschen angleichen, muss im Team funktionieren. Wie lange probt man jetzt so, dass es dann so funktioniert, wie es jetzt auf der Bühne für die Zuschauerinnen und der Bühne für die Zuschauer zu sehen ist, im Team. Also wir haben ja das Glück, dass wir jedes Jahr eine CD produzieren. Also wir geben im Prinzip die Visitenkarte des Programms ab. Das bedeutet auch, wir arbeiten im Studio. Und dort passiert eigentlich die Proberei schon, weil wir sie dann auf Tonträger produzieren und haben dann bereits im Sommer schon das im Ohr, wo man dann singt. Durch das haben wir den Probebetrieb nicht so intensiv. Also wir müssen ja nicht wochenlang proben in diesem Zelt, sondern es weiss eigentlich jeder, was er schon zu singen hat. Was man da proben spezifisch sind natürlich auch ein bisschen Gänge, und das ist das Glück, dass man diese CD macht. Und bei den Musikanten ist es noch viel einfacher. Wir sind wirklich ein eingeschworniges Team, die Superländerkapelle. Hammer Kollegen, Hammer Musikanten. Und wir können es also wirklich heute elektronisch kommt jeder eigentlich die Musik über Hause, was wir haben. Philipp und ich können das schnell gestalten. Im Studio schicken sie jedem nach Hause. Wir machen eine Probe und es klingt schon. Und dann haben wir die Zeit, die wir da noch nutzen können. Aber ich habe natürlich so ein grosses Glück mit diesen Musikanten, wo jeder für sich wirklich ganz speziell gut ist. Ja, aber jetzt Joschik, klar. Du hast gewusst, du bringst es her. Und es ist jedes Jahr das achte Mal schon. Aber jetzt, wenn du zurückdenkst an die Premiere, ist man dann da gleich noch schaurig nervös? Oder ist es so viel Routine, dass es einfach funktioniert? Ja, ich kann es dir nicht vorstellen, wenn ich nervös bin. Wie bist denn du nervös? Also bist du angenehm, wenn du nervös bist? Ich werde eher ruhig. Ja, ich werde ruhig. Ich sage nicht so viel. Und ja, ja, aber ich innerlich kumpe es. Also bis ich hier zum Vorhang führerkomme, da bin ich fast nicht ansprechbar. Aber das ist nur bei der Premiere. Weil es ist für mich natürlich auch recht schwierig, weil ich habe ja nicht einfach Noten. Ich meine, was ich erzähle, muss ich ja immer neu schreiben. Und ja, ich weiss ja nie, finden die Leute das auch lustig, wenn ich es lustig finde. Bis jetzt ist es zum Glück immer so gewesen. Also hast du deine Texte noch nie anpassen, weil es irgendwie nicht funktioniert hat? Das habe ich jetzt doch noch nie müssen. Nein, es gibt Sachen, die dazukommen, wo man dann halt irgendwie mit der Zeit noch kommt man etwas in den Sinn und dann hängt es noch irgendwie dran an. Aber einen Text weglassen oder neu schreiben oder umgestalten, das habe ich tatsächlich noch nie müssen. Das hat immer funktioniert. Maja, wie ist es eigentlich, wenn man jeden Tag quasi, manchmal sogar zweimal das gleiche Programm spielt und die Routine hat? Ist das nicht auch ein wenig gefährlich, mal reinzugehen, weil man einfach denkt, das geht so von alleine? Ja, gibt es auch. Und das ist gerade, das ist etwas, wo man sich immer wieder, eben, es gibt zwei Sachen, man darf nie das Gefühl haben, man könne etwas wirklich. Weil sobald man das Gefühl hat, dann wird man nachlässig und Konzentration. Das ist eigentlich die gefährlichste Situation. Am Anfang tut man sich wahnsinnig konzentrieren und das tut einem aber schnell dann wieder zurückholen. Wenn man einmal einen Einsatz verpasst oder irgendjemand, ist man dann wirklich verschreckt und denkt, Achtung, aufpassen, verleidet es einem nicht. Das ist jetzt etwas, was mich viele auch fragen beim Theaterspielen. Jetzt hast du das 300 Mal gespielt. Nein, ist falsch. Es ist jeden Abend ein neues Publikum, eine neue Zusammensetzung. Sie reagieren immer anders jeden Abend. Und auch die Zusammensetzung auf der Bühne. Man selber ist jeden Tag anders drauf. Kollegen sind anders drauf. Und es gibt jeden Tag eigentlich wieder eine Premiere. Und es gibt auch noch einen anderen Tag. Carlo, wie viel Spontaneität lädt denn das Programm überhaupt zu? Wenn man jetzt weiss, jeden Abend ist es ein anderes Programm. Die Sprüche kommen einmal besser oder einmal anders an. Wie viel Spielraum habt ihr denn da überhaupt? Sehr gross, weil das Publikum ist immer anders. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was da für Unterschiede spürbar sind. Ist es ein Sonntagnachmittag, ist es ein Dienstagabend, ist es ein Freitagabend? Da merkst du auch die Laune der Leute, das kommt so gut rüber. Und wir sind manchmal hinter der Bühne und sagen, ja, heute sind es eher ruhig. Vielleicht müssen wir ein wenig mehr nehmen. Oder heute ist ganz eine gute Stimmung. Und was auch noch ganz wichtig ist, es klingt nicht immer gleich da rein. Wenn die Luft trocken ist, klingt es anders. Wenn es feucht ist, klingt es anders. Wenn es ganz warm ist, ist es anders. Also, wir haben es spannend. Und ich denke immer, was Maya vorhin gesagt hat, die Routine ist die grösste Fehlerquelle, die es gibt. Wenn man sich in die Routine beginnt und denkt, wir machen den gleichen Tramp, das ist das Gefährlichste. Und darum ist es tatsächlich, wie Maya sagt, auch für uns, jeden Tag eine Premiere. Weil jedes Mal sind andere Leute da. Und die sehen das immer sehr schmal. Und die erwarten auch bei uns immer eine Premiere. Joschi, du hast es gesagt, du hast keine Notenstände, wo du im schlimmsten Fall drauf schauen kannst. Also das Zeug muss sitzen, das muss auswendig kommen. Jetzt, man ist ja nicht jedes Mal gleich drauf. Hast du also einen Lapsus? Ist dir auch schon mal etwas passiert, was ich weiss auch nicht? Zweimal gleich erzählt hast oder einen Witz ausgelassen hast? Ja, das gibt es auch. Das gibt es natürlich. Aber die Leute sind ja immer wieder garlich gesagt, es sind immer andere. Also die wissen ja nicht, wie es gestern war. Und ich bin jetzt dort manchmal schon noch beschlagnet genug, dass ich mich raus schlängeln kann, dass ich wieder hineinkomme. Ja, das ist jetzt halt auch eine gewisse Routine, die man hat und bekommt. Ist es eigentlich bei euch auch so, ihr singt ja auch Weihnachtslieder. Und das singt ganz viele Familien. Zuhause gibt es ein Ritual unter dem Christbaum, wir gesungen. Und man singt jedes Jahr die gleichen Lieder. Und dann fängt man an und nach der ersten Strophe ist es vorbei, weil lieber man den Text weiss. Könnt ihr die Weihnachtslieder im FF das ganze Jahr auswendig? Also stille Nacht ganz sicher, weil das, ich weiss nicht wie viele Weihnachten 20 Mal, etwa 20 Jahre mit Weihnachtsprogrammen. Stille Nacht, oh du Fröhliche, auch sicher. Leise rieselt der Schnee, sässer die Glocken nicht klingen. Eigentlich solche Kinderländer kommen. Die gängigen können wir wirklich auswendig. Aber ich muss, das kann nur ich von mir sagen, ich bin nicht so wahnsinnig Fan, wenn ich mich einmal fünf Wochen um die Weihnachtung mal dastehe. Der Karl ist eher der, der gerne Weihnachtslieder singt am Weihnachtsabend. Ich sitze lieber dort. Und mir ist auch lieber, wenn jemand Klavier spielt oder so, wenn ich dann selber nicht aktiv mitmachen muss. Also das darf man jetzt gleich sagen, dann singst du Weihnachtslieder und spielst keine Musik an den Weihnachten. Ich kann von, oh du Fröhliche, alle drei Strophen auf dem Karinett spielen. Ja. Ich habe es ganz einfach. Ich muss nie einen Text wissen. Ich muss nicht einfach wissen, wie die Melodie geht. Dann kann ich zehn Strophen spielen. Und das ist der Unterschied. Ich bewundere ja die Leute, die Sängerinnen und Sänger, die Texte, die alle müssen können. Gerade bei uns Englisch, Italienisch, dann auch schon Spanisch und so. Und die singen das einfach so, wenn wir es einmal drauf haben. Wir können uns auch immer rausschlängeln. Wenn du Musik hast, kannst du halt auch mal die Variation spielen und so. Aber sie müssen dann das halt singen, weil sie singen dann im Chor, im Satz. Und dann muss jeder das gleich singen. Wir bewundern das. Also wir legen uns nicht an der Weihnacht noch auf, dass wir dort noch Stress haben. Und wenn jemand will, dass ich mit den Handohren auf Fröhliche spiele, dann mache ich das gerne. Also ich habe noch Freude daran. Jetzt bis am 30. Dezember ist Lachner Weihnachts selber dieses Jahr. Und dann machen wir gleich einen Ausblick. Josi Glossi hat es gesagt, im November fängt es dann wieder an. Aber zwischendurch gibt es ja auch noch ein paar andere Sachen. Carlo, bei dir, das darf man sagen, steht ein grosses Jubiläum an. Auf was darf man sich da freuen, 2015, zwischen den beiden Lachner Weihnachtszeit? Ja, es ist ein runder Geburtstag und es ist ja so gewesen, dass ich eigentlich in meinem ganzen musikalischen Leben eigentlich die runden Geburtstage immer speziell musikalisch gefeiert habe. Man hat es immer mit einer Tournee verbunden und so. Und jetzt am 60. gibt es tatsächlich auch wieder eine Tournee. Und zwar bin ich das mal zu Gast im Das Zelt. Und zwar nutze ich Tourneeorte, wo ich dort einen Platz zur Verfügung habe, wo wir uns einmieten für sechs Konzerte in der ganzen Schweiz. Und werde dort eigentlich ein Konzert machen, mit vielen Künstlern, die mir ans Herz gewachsen sind, wo ich zusammen gearbeitet habe, wo ich viel zu tun hatte, wo auch Titel von mir gespielt haben. Natürlich meine Kapelle, selbstverständlich mit Maia, zusammen mit Monique, mit Sarah Jane, mit Klibi und Lisa Stoll als Nachwuchskünstler. Josi Glossi kommt sogar mit und Kurt Surfluhe präsentiert. Und dann habe ich noch einmal ländler musikalische Freunde dabei, die natürlich wieder zurück zum Ursprung geht von mir. Das ist die Kapelle Necho vom Todi. Also ein rundes Programm. Und da freue ich mich jetzt natürlich sehr, dass wir bis dann ein wenig volkstümliche Musik machen in unserem Stil. Und dann geht es bald schon wieder an die Weihnacht. Josi Glossi, wann fängt denn das an? Mal abgesehen davon, dass du ja wieder ein neues Instrument lernst. Wann kann man sagen, fängt es dann so ein wenig an, Weihnachten zu zaubern? Ja, es hört eigentlich fast nie auf. Das ist es jetzt bei uns. Weil wir am 2. Januar fangen wir an, wieder das Zelt abbrechen. Die Dekoration muss auf. Das Zelt muss runter. Wir müssen alles ins Lager versorgen. Es muss das ganze Büro noch gemacht werden. Es kommen Rechnungen. Die müssen zahlt werden. Das ist jetzt halt einfach so. Und dann wird es Ende, Mitte Februar, bis wieder alles versorgt ist. Und dann gibt es halt auch wieder ein wenig Arbeiten, restaurieren, reparieren und so weiter. Aber wir können es wunderschön einteilen. Und ich habe da wunderbare Kameraden, die mir da helfen. Und dann... Ja, das ist vorhin schon ein wenig im Hinterkopf. Das verraten wir jetzt natürlich nicht. Ich habe da oben, im Garten, der Frau nicht helfen. Und irgendein Musikinstrument? Ja, das werde ich ja mal nicht herumkommen. Und da habe ich aber jetzt nicht so grosse Angst, obwohl ich jetzt durch den Dudelsack ein bisschen einen Schuss vor den Bug bekommen habe, dass ich da vielleicht ein bisschen besser recherchieren, bevor wir noch entscheiden, was für eins es dann ist. Maya, bei dir weiss man, du bist schon wieder am Proben. Wie verrückt, auf was dürfen wir uns freuen zwischen den beiden Weihnachten selber? Es kommt alles auf Krankenschein ab dem 21. Januar im Bernhard-Theater. Regie Erich Fock und selbstverständlich Inau auf der Bühne. Es wird ganz, ganz tolle Komödie, lustige Stücke. Was geht es? Kurz zusammengefasst. Ähm, oh, jetzt muss ich gerade studieren. Also, man hat einen Oberarzt dort in einem Spital. Und ich bin seine Frau. Und dann kommt eines Tages die Schwester, die vor 18 Jahren gearbeitet hat, also die Lehrschwester. Und die sagt, sie habe ein Kind von dem Oberarzt mit ihm. Und der Junge ist inzwischen 18 Jahre alt. Und um das geht es dann. Es gibt natürlich einen riesen tollen Bau. Äh, ja, wie verheimlicht man das, dass der Junge ist. Du spielst die Eversüchtige, beleidigt dich. Ich weiss es ja nicht. Ich weiss es ja nicht. Ich weiss vor allem nichts. Ich bin natürlich die Ahnungslose, die dann immer wieder in alles hineintrampet, in die Turbulenzen hinein. Also es ist ganz, ganz ein toller Schwank, der natürlich eben durch, durch wieder rasant durch das Leben von der, von der, von der, ja, ich bin völlig. Von der, also einfach von den einzelnen Rollen. Charakteren, genau. Von den Charakteren, das ist das Wort, das du gesucht hast. Ja, genau. Du kommst eben auch gerade von den Proben. Das ist es nämlich. Genau, dann ist das Hirn ja mal so ein bisschen, gerade ein bisschen runtergefahren und muss sich wieder auffüllen. Also, da freuen wir uns. Da sehen wir dich also in ein Fettnäpfchen nach dem anderen treten. Von wann bis wann läuft das im Bernhard Theater? Das läuft vom 21. Januar bis Ende März. Gut, und dann geht es schon wieder, auch ein bisschen im Hinterkopf an Lachner-Wienachtstauber. Natürlich, dann geht es natürlich mit dem Karloft-Tournee. Das Programm muss dann jetzt eigentlich, eigentlich im Februar, März muss das eingestudiert werden. Und dann geht es bereits wieder an den Weihnachtstauber. Was wird dort studiert? Ich werde am nächsten Weihnachtstauber nicht selber auf der Bühne stehen, aber selbstverständlich wieder für das Gesangsprogramm mitverantwortlich sein. Weil dann ist wieder eine grosse Produktion im November bis 2016, wo ich dabei sein werde, im Bernhard Theater. Und ja, so geht eigentlich immer etwas. Ja, aber so ganz weg bist du nicht? Nein, natürlich nicht. Du bist ja gleich ein bisschen präsent, ein bisschen schauen. Das Herz ist total da. Weil natürlich eben auch, es ist natürlich ein Teil von mir dann auch wieder da. Und nein, nein, der Weihnachtstauber ist immer im Herzen. Aber ich denke, das ist gar nicht gut. Die Leute haben immer Sehnsucht nach einem, wenn man nicht da ist. Und das ist ganz gut zwischendrin. Darum machst du ab und zu wieder ein bisschen Pause. Genau. Garlo, mittlerweile zum achten Mal über 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Lachner Weihnachtsleben. Was bedeutet die ganze Show für Lachen? Ja, ich glaube, das ist eine Antwort, die natürlich dass ich den Joschi als Lachner fast besser geben kann. Ich spüre einfach, dass Lachen im Dezember verwacht ist. Und ich würde eigentlich dann die Auswirkungen speziell an Joschi weitergeben. Er kann wahrscheinlich mehr dazu sagen, was da auch passiert ist im Dorf. Ja, ja, also das ist gewaltig. Also sind Sie mit Dr. R. entfangen worden? Ja, das kann man sagen. Von Anfang an, weil ich habe eine sehr gute Beziehung zum Gemeindepräsidenten. Das war früher ein Fasnachskollege von mir. Und da habe ich von Anfang an gewusst, wenn ich den nur frage, dann sagt er, das ist etwas Irrsinniges. Wir machen etwas, wir probieren etwas. Weil das Lachen ist eigentlich im Dezember eher ein Schlafdorf gewesen. Ich kann sagen, es hat Restaurante, die Hände zugehalten. Von Mitte November bis Anfang März, weil einfach nichts gelaufen ist. Und seit jetzt der Weihnachtszauber ist, da redet man fast in der ganzen Schweiz von Lachen. Weil es ist ein wunderschöner Ort, da am See gelegen. Und die Leute, also die Restaurante, die Hotels, die haben natürlich jetzt offen, und haben alle Tage die Gäste, die nachher zu uns kommen. Und da ist jetzt wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu der Gemeinde auch, weil alle profitieren eigentlich davon. Jetzt ist ja Konkurrenz, könnte man meinen, aus Zürich, mit all diesen Weihnachts-Showen, Weihnachts-Zirkus, ist ja riesengross. Aber so quasi eine Kopie vom Lachen-Wiennachts-Zauber in Zürich, den gibt es nicht. Nein. Die Zirken sind alle gleich geblieben. Ich habe einen Liebling, das darf ich auch hier sagen, den bin ich immer besuchen bis dahin, das war der Konnelli. Der hat jetzt die Weihnacht-Atmosphäre, die wir hier haben, auch irgendwo gereicht. Und ich staune ja, dass in Zürich das Angebot jetzt so gross ist. Und ich glaube, dass wir in der Agglomeration raus sind, doch das ein grosser Vorteil war. Aber das Programm konkurrenziert natürlich in keinster Art und Weise einen anderen Zirkus, den ich in der Schweiz kenne. Weil es hat ja mit Zirkus als solches nichts zu tun. Es ist ein Weihnachtskonzert in einem Zirkus-Zelt. Und ich glaube, das ist fast ein wenig exklusiv, was wir hier machen können. Ja, und trotzdem denkt man, ein Konzept, das funktioniert und keiner kopiert es. Ja, es ist vielleicht gar nicht so einfach, etwas zu kopieren. Man kann reinkommen und das anschauen. Aber das, was ich vorher schon mal angesprochen habe, vielleicht die ganze Liebe, die ganze Konstellation, wie sie eben jetzt zusammen ist. Und ich meine, so einfach ist es auch nicht so ein traumhafter Platz. Da müssen wir noch einmal auf Lachen ansprechen. So einen traumhaften Platz zu finden, wo man so etwas aufstellen und machen mit dem Weihnachtsmarkt, mit dem Eisfeld zusammen. Einfach mit allem zusammen. Und ja, ich glaube, es stimmt einfach so. Die ganz verschiedenen Komponenten, die hier zusammenspielen, machen das für mich einmalig und gar nicht so einfach zu kopieren, denke ich. Darum müssen die Leute, die es live sehen wollen, eben an 8. Lachen-Wiennacht zusammen, noch bis am 30. Dezember. Oder haben es nächstes Jahr am 9. Carlo Brunner, Joschi, Gloschi Meierbrunner, danke vielmals, haben wir zu Gast sein bei euch hier im Weihnachtszelt. Und ganz schöne Festtage. Danke. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, soviel also für den Vorgeschmack vom Lachner Weihnachtszauber. Zürich Plus zeigt den 8. Lachner Weihnachtszauber in einer rund zweistündigen Spezialsendung am 24. und 25. Dezember, jeweils ab dem Abend am 6. Lachner Weihnachtszauber. Eine Wiederholung gibt es dann am Silvester. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen im Namen vom ganzen Zürich Plus Team eine schöne Festzeit wünschen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen miteinander. Zürich konkret ist Ihnen präsentiert worden von Domo Reisen. Domo Reisen.ch Zürich